Hallo, willkommen bei Mamani, Finanzen kann jeder. Heute beschäftige ich mich mal nicht mit einer Aktie, sondern ich möchte auf ein grundlegendes Thema eingehen. Da mir immer wieder die Frage gestellt wird, wann man in einen Wert einsteigen soll, möchte ich das Thema mal etwas auseinander nehmen. Ist ja auch nicht unwichtig, wenn man investieren möchte. Schließlich legt man damit die Basis in sein Investment und ein guter Einstieg ist wichtig für die spätere Gesamtperformance bei einem Unternehmen. Dann drehen wir nicht lange drum herum. Viel Spaß mit dem Video. Dann fangen wir mal an. Also um das schon einmal klarzustellen. Es gibt keine pauschale Antwort darauf, wann man am besten in ein Unternehmen einsteigt. Das hängt nämlich ganz klar von der weiteren Strategie ab, die man fährt. Würde ich nur einmal investieren wollen, dann müsste ich mir den Zeitpunkt sehr genau überlegen. Denn ich habe dann nur eine einzige Chance. Dann spielen viele Faktoren eine wichtige Rolle. Zum einen das Schadbild. Dann die allgemeine Marktlage, die aktuelle Situation des Unternehmens. Die Zahlen von der Firma selber. Das Bewertungsniveau. Also ist eine Firma aktuell günstig oder teuer bewertet. Die Stimmung natürlich auch am Markt ist wichtig. Gibt es politische Risiken oder könnten Störfeuer kommen durch Sachen, die man sonst nicht wirklich auf dem Schirm hat, wie zum Beispiel jetzt Corona. Dann kommen Faktoren hinzu, die ebenfalls wichtig sind. Zum Beispiel, wenn ich in eine Firma investiere, die nicht im Euroraum sich befindet, dann müsste ich auch auf die Währung schauen. Ist diese aktuell schwach oder stark? Wohin könnte sie sich in der Zukunft entwickeln? Und so weiter. Was ist mit der Zinslage? Wie agieren die Notenbanken in der Zukunft? Was ist mit den Energiekosten, den Lohn- und Transportkosten oder den Rohstoffpreisen? Also ich glaube, ich könnte hier noch unzählige andere Faktoren aufführen, die Einfluss auf den Markt oder eine Firma haben. Man muss ja wirklich mit berücksichtigen, wenn ich einmal investiere, habe ich nur eine Chance und dann muss der Moment eigentlich perfekt sein. Ansonsten ist man mit seinem kompletten Geld direkt im Minus und das ist auch nicht schön. Wenn ich mit einem einzigen Schritt in ein Unternehmen einsteige, dann ist das keine wirklich einfache Entscheidung. Hier muss man dann ganz genau überlegen und alles abwägen, um einen wirklich perfekten Zeitpunkt hinzubekommen. Naja, und ob man den wirklich erwischt, ist eine ganz andere Frage. Klar, ich kann jetzt hingehen und sagen, da pfeife ich drauf. Ich gehe rein und lasse laufen. Wenn es gut geht, dann freue ich mich und wenn es runter geht, dann ist das halt so. Kann man machen, muss man aber nicht. Investiert man mit nur einer Summe, also direkt von Anfang an mit dem vollen Betrag, dann ist man vielen Einflussfaktoren ausgesetzt. Und dann wird es schwierig, den wirklich perfekten Einstieg hinzubekommen. Kommen wir mal zu den anderen Extremen. Mache ich einen Sparplan, dann ist es mir eigentlich egal, wann ich mit dem ersten Investor anfange. Über Jahre werde ich mal höhere und tiefere Kurse erwischen bzw. haben. Und so entwickelt sich ein Mischkurs, der mir nicht unbedingt die beste Performance gibt, aber garantiert auch nicht die schlechteste. Ich kaufe mal teuer ein und mal günstig. Und egal wie der Kurs steht, es wird monatlich zugekauft. Und wenn ich in ein Unternehmen investiere, das in Jahren höher steht, werde ich mit meinen Schritten schon irgendwo einen guten Schnitt machen. Das ist keine schlechte Taktik. Vor allem, wenn man sich später nicht intensiv mit dem Unternehmen beschäftigen möchte. Dann kommen wir zur nächsten Variante, die von sehr vielen praktiziert wird. Die Stückelung. Also zum Beispiel die Dreidritteltaktik, die man individuell natürlich anpassen kann. Hier investiere ich dann in drei Tranchen. Natürlich kann man die Anzahl auch abändern. Hier ist es auch wichtig, den ersten guten Einstieg zu finden. Denn das ist ja schließlich die Basis von meinem Investment. Steige ich zu früh in ein Unternehmen ein, so wird meine Gesamtperformance darunter natürlich leiden. Allerdings kann ich im Anschluss mit dem Nachkäufen bei tieferen Kursen noch viel ausgleichen. Wie man jetzt hier vorgehen kann, erkläre ich dann gleich ein bisschen. Bevor ich das mache, will ich noch einmal auf meine Taktik eingehen. Gerade bei Märkten, die sehr hoch stehen, und das ist aktuell eindeutig der Fall, sollte man sehr vorsichtig agieren. Wenn man, so wie ich bei Indexhöchstständen, ein Depot aufbaue. Wären die Märkte jetzt weiter unten, also viel tiefer wie jetzt bei den Indexhöchstständen, dann würde ich auch etwas anders agieren. Dann würde ich nach der Analyse meinen ausgerechneten Anfangsinvestbetrag nehmen und direkt investieren. Mit der restlichen Summe, die noch offen ist, bis zu meinem maximalen Investbetrag, könnte ich dann bei weiteren Schwächen oder Schwankungen weitere Nachkäufe tätigen und so meinen Bestand zu günstigeren Kursen immer weiter aufbauen. In wie vielen Schritten ich das dann machen würde, hängt dann vom Markt, der Lage, der Situation ab. Auf die Optimierung gehe ich jetzt nicht gesondert ein. Das habe ich ja schon oft genug erklärt. Die kämen natürlich auch noch zum Zuge. Da die Märkte aber aktuell hoch sind und viele Risikofaktoren existieren, ist bei mir die Bereitschaft nicht vorhanden, direkt mit zum Beispiel 25 oder 30 Prozent von meinem maximalen Investbetrag einzusteigen. Also splitte ich den Einstieg noch einmal, um eventuell auftretende Rücksetzer auszunutzen und nicht direkt am Anfang bei vielen Positionen mit viel Geld ins Minus zu rutschen. Ist eine etwas mühsame Variante, die aber gerade in hochbewerteten Märkten nicht die verkehrteste ist. Zumindest in meinen Augen. Natürlich kann ich das in dieser Form machen, da ich für eine Order nur 1 Euro bezahle. Wäre die Gebührung jetzt weitaus höher, dann wäre das natürlich in diesen kleinen Schritten auch nicht wirklich lohnenswert. So, läuft der Markt dann zurück, baue ich durch Zukäufe meine Positionen bis zu meinem ursprünglichen Anfangsinvestbetrag auf. Sollte der Kurs vorher schon anspringen und ich komme nicht günstiger rein, dann kann es sein, dass ich zu kleineren oder dass ich zu kleinen Positionen mit guten Gewinnen dann einfach mal Tschüss sage und diese auflöse. Denn wirklich arbeiten möchte ich nur mit Investitionen, die eine bestimmte Größe haben und die liegen bei mir momentan so bei 500 Euro. Also was da drunter ist, kann, wenn es sehr gut läuft, auch mal verkauft werden. Ich will jetzt nicht weiter groß auf meine Taktik eingehen, denn die erkläre ich ja und zeige sie natürlich auch ausgiebig in meinen Depot-Update-Videos. Deswegen muss ich das jetzt hier auch nicht großartig weiter erläutern. Kommen wir jetzt auf die Variante zurück, die ich gerade nicht zu Ende besprochen habe, nämlich die 3 Drittel-Variante oder von mir aus auch 4 Viertel-Taktik. Hier gibt es ja je nach vorhanden Geldmittel und Anlagestrategien diverse Vorgehensweise. Ich konzentriere mich mal, um ein Beispiel zu zeigen, auf die 3 Drittel-Variante. Wie würde ich jetzt vorgehen? Also im Vorfeld schaue ich mir die Firmen natürlich an und bestimme meinen maximalen Anfangsbetrag und den maximalen Investbetrag. Das mache ich ja in der Analyse mit meinem Tool. Sagen wir mal 800 Euro Anfangsbetrag und insgesamt dann 2400 Euro, die ich maximal in eine Firma investieren möchte. Dann schaue ich mir an, wie hoch das Unternehmen bewertet ist. Ist der Wert aktuell oder anhand der Kennzahlen bzw. Bilanzzahlen sehr teuer bewertet? Tja, dann ist das halt so und die Aktie kommt erst einmal auf die Watchlist. Ich gehe nicht in ein Unternehmen mit einer 3 Drittel-Taktik rein, wenn sie heiß gelaufen oder in meinen Augen zu teuer ist. Ja, warten ist dann halt angesagt und wenn der Kurs runterkommt, dann schlage ich dementsprechend dann zu. Aber die Aktie muss in einem Bereich sein, den ich als fair ansehe. Sollte die Aktie nicht runterkommen, ja dann ist das halt so. Dann komme ich halt nicht rein. So ist halt Börse. Man muss ja nicht so tun, als wenn es nur ein Unternehmen auf der Welt gibt. In der Zwischenzeit schaue ich mir dann halt andere Firmen an und eventuell finde ich dann eine bessere Firma oder einen besseren Branchenvertreter, der fairer bewertet ist. Ich gehe nicht um jeden Preis in eine Aktie rein. Es stellt sich dann die Frage, wann ist der richtige Einstiegszeitpunkt gekommen? Dazu rechne ich mir dann aus, bei welchem Kurs wäre die Aktie in meinen Augen fair bewertet. Nicht günstig bewertet, aber fair. Warum warte ich nicht bis zu einem Zeitpunkt, wo die Aktie günstig bewertet ist? Na ganz einfach, der Zeitpunkt könnte eventuell nie kommen. Nehmen wir mal das Beispiel Amazon. Hier wartet man schon seit Jahren, wenn nicht sogar seit Jahrzehnten, auf eine günstige Bewertung. Eine Aktie sollte in meinen Augen zumindest fair bewertet sein, um einen ersten Einstieg zu wagen. Also schaue ich mir jetzt die aktuellen Zahlen an, die Schätzung und bestimme je nach Wachstumszahlen einen Wert pro Aktie, den ich für angemessen ansehe. Im idealen Fall sollte der Kurs dann noch am besten so 15 bis 20 Prozent vom Alltime High entfernt sein. Das sollte auch natürlich nicht allzu weit zurückliegen, dieses Alltime High. Bringt mir ja nichts, wenn das Alltime High vor 15 Jahren mal erreicht wurde. Ist das der Fall, dann suche ich mir ein Hoch aus, das nicht allzu weit entfernt ist. Selbstverständlich muss alles andere ausstimmen. Also die Newslage sollte nicht katastrophal sein. Die letzten Zahlen sollten ein aktuell gutes Geschäft zeigen und so weiter. Halt was noch dazu gehört, damit man grundlegend von guten Kursen ausgehen kann. Ich will das jetzt mal an einem Beispiel zeigen. Ich habe mir mal irgendeine Aktie rausgesucht. In dem Fall jetzt die Deutsche Post. Wie gesagt, das ist nur ein Beispiel. Es hätte auch irgendeine andere Aktie aus einem anderen Bereich oder aus einer anderen Branche sein können. Ich möchte jetzt nur was zeigen und nicht die Deutsche Post besprechen. So, ich blende dann einmal einen Chart ein. Aktuell ist die Deutsche Post mit einem erwarteten KGV von 14 bis 15 bei vermuteten weiter steigenden Umsätzen und Gewinne recht fair bewertet. Also das Bewertungsniveau ist jetzt aktuell okay. Und man kann nicht sagen, dass die Aktie zu teuer bewertet ist. Ansonsten stimmen die Rahmenbedingungen und daher könnte sich hier ein Einstieg lohnen. So, dann schaue ich mir die 200er Tageslinie an, die aktuell so bei 54 Euro verläuft. Der Kurs liegt bei gut 53 Euro. Also wir sind unter der 200er Tageslinie gerutscht. Was jetzt nicht so gut ist, da das eher ein Verkaufssignal ist. Dann schaue ich mir den Chart der letzten Jahre an und ermittle einen Wert, der im Mittel der unteren Durchschnittsbewertung liegt. In dem Fall ist das jetzt die rote Linie, die ich eingezeichnet habe, unten. Also würden wir so bei 30 Euro momentan bei der Linie liegen. Dann wären wir auf einem Niveau, was wir die letzten Jahre bei einer leicht positiven Tendenz oder einem leicht positiven Trend hätten. Würden wir das Niveau wieder irgendwann mal erreichen, dann hätten wir einen Kurs, bei dem die Aktie schon vor Jahren mal drüber und drunter lag. Also ein Kursniveau, das sehr viel Sicherheit bietet. Ist ja auch ordentlich vom aktuellen Kurs entfernt. Wenn die Geschäfte einigermaßen laufen, dann werden wir hoffentlich diesen Kurs nie wiedersehen. Ich möchte aber einen maximalen Wert haben, bis wohin die Aktie noch einmal zurücklaufen kann. Selbstverständlich kann es auch passieren, wenn die Geschäfte katastrophal in der Zukunft laufen oder laufen würden, dass es dann auch noch tiefer geht. Dann sollte man sich aber auch überlegen, ob sich ein Invest hier überhaupt noch lohnt. Also ich bestimme jetzt die Unterseite des Bereichs, den ich einplane. Aktueller Kurs 53 Euro und die Unterseite bei gut 30 Euro. Jetzt kann man sich das einfach machen und sagen, gut, ich will jetzt hier rein, die Aktie ist fair bewertet und ab geht die Luzi. Zack, ein Drittel meiner Summe investiere ich jetzt. Ein Drittel lasse ich für das schlimmste Szenario, also 30 Euro. Ja, und das letzte Drittel lege ich dann halt irgendwo in der Mitte bei zum Beispiel 41,50 Euro an. Kann man natürlich so machen. Ich würde jetzt nicht so agieren. Ich würde erst einmal schauen, wie es kurzfristig aussieht. Ich schalte mal auf den nächsten Chart um. Der zeigt die Aktie auf Sicht von einem Jahr. Wir sind momentan in einer Konsolidierungsphase und liegen unter der 200er Tageslinie. Beim Bollinger Band sehen wir, dass der Kurs unter der 20er Tageslinie gefallen ist. Hinzu kommt ein kurzfristiger Abwärtstrend, der momentan tiefere Hochs ausbildet. Was wir auch sehen, ist ein guter Unterstützungsbereich bei gut 51,71 Euro. Hier hat die Aktie schon zweimal aufgesetzt. Sollte der negative Trend weitergehen und danach sieht es aktuell aus, dann könnte der Kurs den Unterstützungsbereich noch einmal antesten. Sollte er hier durchlaufen, dann wären tiefere Kurse natürlich möglich. Ich würde jetzt erst einmal schauen, was in den nächsten Tagen passiert. Sollte der Kurs drehen und dann sollte er zumindest über der Oberseite des kurzfristigen Abwärtstrends laufen, dann wäre eine ganz andere Situation vorhanden. Hierdurch habe ich zwar jetzt etwas Performance verloren, aber ich habe auch etwas mehr Sicherheit gewonnen, weil wir aus dem Abwärtstrend raus sind. Also wir würden nicht mehr im kurzfristigen Abwärtstrend liegen und wären auch dann über der 220er Tageslinie. Ein erster Einstieg wäre dann hier möglich. Allerdings sind wir hier an der Börse und da kann leider auch das Gegenteil passieren. Also wir rutschen jetzt nachhaltig unter den Unterstützungsbereich bei 51,71 Euro. Ich blende da mal den nächsten Chart ein. Ja, wohin könnte dann die Reise gehen? Dazu schaue ich mir die letzte große Aufwärtsbewegung an und lege die Fibonacci-Linien an. Funktioniert die Funktion bzw. die Bedeutung usw. habe ich ja in einem extra Video schon ausführlich erklärt. Dann suche ich mir eine Zone, in der der Kurs eine längere Zeit schon einmal war. In dem Fall die Spannet 37,22 bis 44,39 Euro. Hier lief die Aktie von August 2020 bis März 2021. Ja, das ist erst einmal die Basis für die weitere Vorgehensweise. So, also rutscht der Kurs unter diese Unterstützung bei 51 Euro? Würde ich schauen, wie weit die Aktien abstürzen. Vor allem sind hier die Wochenabschlusskurse interessant. Es kann gut sein, dass wir mal drunter rutschen, also unter die Unterstützung und dann eine Erholung sehen, die uns wieder über die 51,71 Euro führen. Dann würde ich warten, bis wir den kurzfristigen Abwärtstrend durchbrechen. So wie vorhin erklärt. Sollte es aber weiter runter gehen, dann würde ich warten, bis wir eine Bodenbildung sehen. Also ein Stoppen der Abwärtsbewegung und ein Übergehen in einen eher seitlichen Verlauf. Dann könnte man, wenn die Newslage und die Zahlen okay sind, das ist ja immer Grundvoraussetzung, dass die Firma ansonsten ja noch okay aussieht, einen ersten Fuß reinsetzen. Sagen wir mal, das wäre jetzt bei 50 Euro der Fall. Wenn man die Fibonacci-Linien zur Rate zieht, könnte das selbstverständlich auch erst bei der 61,8er Linie bei 45,28 Euro sein. Natürlich kann man immer weiter warten und auf noch tiefere Kurse hoffen. Eventuell geht der Kurs auch bis auf die 50er Linie runter oder weiter. Dann kann der Kurs aber irgendwann mal drehen und wir sind immer noch nicht drin. Irgendwann muss man sich aber entscheiden, mal reinzugehen. Und daher würde ich in dem Fall die aktuelle Situation erst einmal klären und bei einem Ausbruch über den kurzfristigen Abwärtstrend oder bei einem Absacken unter die 51,70er Euro Unterstützung bei einem anschließenden Beruhigung, egal bei welchem Kurs, ob jetzt 50, 47 oder 45 Euro, ein Drittel investieren. Wichtig wäre dann nur, dass man eine Beruhigung abwartet und nicht in schnell fallende Kurse kauft. Denn dann kann es schnell auch weiter runtergehen und man hat Verluste eingefahren. Sehen wir dann aber eine Bodenbildung, dann haben wir zumindest ein wenig Sicherheit. Man muss immer im Hinterkopf behalten, dass wir die Firma beim aktuellen Kurs von 53 Euro für fair bewertet angesehen haben. Also kann man bei einem weiteren Absacken auf zum Beispiel 50 Euro bei weiterhin guter Newslage einen ersten Schritt riskieren. Sollte der Kurs dann drehen und wieder nach oben laufen, wäre ich mit 800 Euro dabei und könnte mich über die Gewinne freuen. Tja, leider kann es aber auch weiter runtergehen und für diese Situation haben wir ja dann noch unsere beiden anderen Drittel als Reserve. Das letzte Drittel würde ich natürlich wirklich für das Szenario aufbewahren, falls der Kurs wirklich mal Richtung 30 Euro läuft. Was würde ich dann mit dem zweiten Drittel allerdings machen? Ja, da würde ich dann mir markante Punkte suchen, bis wohin der Kurs laufen könnte. Dieser Punkt sollte nicht zu nah am ersten Einstiegspunkt liegen. So 10 bis 20 Prozent sollte der Kurs schon runtergehen, bevor ich mit der zweiten Tranche reingehen würde. Ich schaue mir dann wieder den Chart und die Fibonacci-Linie an. Bei 50 Euro bin ich circa eingestiegen. Also wäre ich bei einem 20 Prozent Rückgang, der Kurs würde dann so bei 40 Euro dann liegen. Ein Blick aber auf die Fibonacci-Linie zeigt, dass hier auch die 50er Fibonacci-Linie verläuft. Hinzu kommt der seitliche Kursverlauf in der Spanne 37,22 bis 44,39 Euro. Die habe ich ja vorhin erklärt. Ja, hier würde ich dann schauen, ob ein oder das bei einem fallenden Kurs in diesem Bereich wieder eine Bodenbildung ausgebildet wird. Und sollte das dann der Fall sein, könnte ich hier meinen zweiten Kauf tätigen. Sollte der Kurs nach oben andrehen, hätte ich einen schönen Mischkurs und wäre dann recht schnell wieder ein Plus. Und wenn der Kurs weiter nach oben geht, ist ja dann auch alles in Ordnung. Ja, aber den Rest brauche ich jetzt nicht groß erklären. Sollte es runtergehen, dann würde ich abwarten, ob wir bis auf gut 30 Euro laufen. Dann schauen, ob hier eine Bodenbildung erfolgt und im Anschluss mit der dritten Tranche reingehen. Alles unter dem Vorbehalt, dass die Aussichten weiterhin nicht katastrophal bei dem Unternehmen sind. Und dass auf lange Sicht ein weit höheres Kursniveau möglich ist. Wichtig bei der ganzen Sache ist auf jeden Fall immer, man muss eine Bodenbildung abwarten. Wenn Kurse nach unten gehen, auch wenn man sich irgendeine Zone ausgeguckt hat, nicht sagen, da gehe ich jetzt massiv rein. Nicht bei einer Dreidritteltaktik, weil man hat ja nur drei Versuche. Eine oben am Einstieg, eine unten, ja ich sag mal als Notlösung, wenn der Kurs wirklich mal nach unten rasselt und dann hat man einen wirklich, ich sag mal strategischen Kauf. Und den darf man nicht einfach verballern, weil man sagt, ich habe jetzt irgendein Kursniveau erreicht. Es gibt eine gewisse Phase oder Zone, bis wohin der Kurs laufen könnte. Und wenn sich dann in diesem Bereich, und der wird nicht festgemacht an einem Centbetrag, es ist eine Bereichszone. Und wenn man halt in dieser Bereichszone eine Bodenbildung sieht, also einen Übergang in einen seitlichen Verlauf mit einem stabilen Trend, dann kann man halt seine zweite Tranche reinsetzen, weil dann hat man ein gutes Niveau gefunden, aber auch die Sicherheit, dass hier der freie Fall erstmal gestoppt ist. So würde ich bei der Dreidritteltaktik und diesem Wert vorgehen. Natürlich muss man diszipliniert sein, sich einen Plan zurechtlegen und danach handeln. Alles natürlich nur meine Meinung. Mache ich das so? Nee, denn ich fahre ja aktuell die Dreidritteltaktik nicht, sondern meine persönliche Strategie. Ich würde mit einem gesplitteten Einstieg mit einer kleinen Summe bei einer klaren Lage in die Aktie reingehen. Wenn es runter geht, weitere Optimierungen vornehmen und meinen Bestand langsam erhöhen. Wenn ich dann bei einer Positionsgröße von ca. 1000 Euro angekommen bin, das dürfte dann bei den meisten Aktien so 40 bis 50 Prozent meiner maximalen Invest-Summe sein, dann achte ich auch mehr auf die Chart-Technik. Ich suche mir dann so 4, 5 Punkte bei den Charts raus, wo ich optimiere und nachkaufen würde, bis ich dann in einer Aktie voll investiert bin. Da ich weiß, dass viele die Dreidrittelstrategie bevorzugen, wollte ich meine Vorgehensweise bei der Strategie mal zeigen und auch mal demonstrieren, wie ich den Einstiegszeitpunkt auswähle bzw. ermittle und dann im Anschluss halt weiter vorgehen würde. Jeder wird eventuell auch eine etwas andere Strategie verfolgen und daher ist es ja jetzt schwer für mich eine pauschale Antwort zu liefern, wie man in Aktien zu welchem Zeitpunkt am besten investiert. Ich hoffe, ich konnte euch dennoch gute Beispiele liefern, ja, wie man vorgehen kann. Wie ihr dann wirklich investiert, sollte jeder natürlich für sich und sein eigenes Risikoprofil selber entscheiden. Das war's dann für heute. Ich hoffe, das Video hat euch ja soweit gefallen und natürlich auch geholfen. Falls ja, dann würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch geben könntet. Das würde mir helfen, den Kanal ein bisschen bekannter zu machen. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, wäre ja durchaus denkbar. Ja, dann macht das auch, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Vor allem nicht das morgige Depot-Update-Video. So, bis zum nächsten Mal. Euer Markus. Hat euch das Video gefallen? Dann drückt bitte den Daumen hoch-Button. Wir würden uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Und damit ihr kein Video verpasst, drückt gleich noch die Glocke. Danke.